ja und stufe 121 was geht nicht jetzt so was tag und nacht zocken berufs zocker das ist schon heftig ist ja bei uns oder bei den gegnern es ist nichts sagen sie hat diesen alle fit 108 mit 2,1 1 1,9 370 121 gutes war der 62 ja zum schluss noch mal eine rechtliche in keller müssen wir auch noch da oben Zeig mal ein Die brechen die eigenen Dinger immer aus Keine Ahnung wieso Da sind die alle Unten müssen im Trainingsraum reingegangen Jetzt wird die Dich schon wieder umbringen Jetzt zerweck ich will da eine Bombe In Deckung gleich knallt So 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 Der Gegner hat die Geisel lokalisiert. Auf Angriff vorbereiten. Das Gerät ist in Position. Nur noch 10 Sekunden. 5 Sekunden. Der Gegner hat Sichtkontakt zur Geisel. Ich setze Stacheldraht ein. Ich besorge mehr wegen der Granaten. Ich platziere einen. Ich lege Stacheldraht aus. Oh Gott, das macht so schiss. Hm. Ja, shit. Einen habe ich erwischt draußen. Der zweiten. Ja, die sind quasi auf dem Dach, auf dem Zwischendach. Direkt vor der Geisel an der Hauswand kannst du auf das Dach drauf. Ja. Was echt enttäuschen würde zu sagen. Ja, wobei der rettet den glaube ich wieder. Vorsicht. Könntest du da... Egal. Einen Gläs haben sie, der hat draußen. Ja, der hat schon nachgedacht. Hier. Ja. Ja. Schießt du ihn nicht raus? Ja. Wenn der hier, das gehen würde. Mhm. Boah. Wahnsinn. Oh. Boah. Jetzt kriegt er das von allen Seiten. Ein Operator des eigenen Druckverbleibers. Oh, die Unleih. Ah, shit, das war's. Das war's. Ja, die machen das schon nicht schlecht. Die sind schon Level höher. Ich glaube, die führen auch zusammen. Ja. Wie sich das gerade angesehen hat. Nämlich auch mal Views. Wir sind bloß noch zu viel. Oh, das ist auch noch. Ah, wobei es jetzt eine nachkommt. Ja. 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 Ich glaube, wenn einer nachkommt oder so, dann dauert es noch ein bisschen länger. Jetzt siehst du, der lädt noch. Wenn eine nachrück ins Team. Und da hin. Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Ja, aber jetzt kommt's wieder. Jetzt sind gleich wieder da unten, gell? Ja. Ja, die machen die Drohnen auch ganz schnell weg hier. Ja. Das ist jetzt schon nicht schlecht. Und da ist jetzt überall wieder zu gehen. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Fünf Sekunden bis Einsatz. Alles komplexe Barrikadiert. Kapstan, Smoke. Position der Geisel ist unbekannt. Einsatz trotzdem freigegeben. Oh, falsche Richtung. Oh Gott, schnell hin. Ja, er hat, glaub ich, zum ersten Mal einen Blitz vor der Kopf. Blitz gegen mich verwendet. Nein. Ach, hör doch auf. Ich lade nach. So, einen hab ich. Das gibt's doch nicht. Verdammt. Nein, der zweite liegt auch da. Ah, fuck. Shit, Dinger. Ach, ich verbleibe. Mhm. Die anderen sind oben, oder wie? Ähm. Nee, die waren jetzt alle unten. Naja, ich hör's ja. Direkt bis auf eines rausgelaufen, glaub ich. Ja. Das hat er jetzt davon. Das hat er jetzt. Sehr schön. Nee. Nee, die waren schon unten da. Mhm. Zumindest grad eben. Ja. 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 Ja, so gesehen, die teilen sich auf. Einer läuft raus, einer läuft hoch. Keine Chance. Keine Chance, keine Chance. Absolut. Macht nichts. Ja, schade, schade. Waren trotzdem ein paar lustige Runden auf jeden Fall heute dabei. Die streichen wir einfach. Ja, genau. Oh, meine Aufnahme. Oh, die hast leider jetzt nicht aufgenommen, die letzte Runde. Schade. Festplatte voll. Hahaha. 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 Untertitelung. BR 2018